Herzlich Willkommen. Lasst uns beten. Jesus, danke für deine Verheißung an uns, die sich heute Morgen wieder erfüllt, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du unser Herr bist, Jesus. Und wir wollen ja auch ein Leben führen, das deutlich macht, dass du unser Herr bist. Dass du wirklich die Richtung vorgibst, Herr. Dass du mit uns reden kannst und wir auch darauf hören und auch danach handeln, Herr, immer mehr. Wir wollen sehen, dass du durch unsere Leben verherrlicht wirst, dass du unter uns verherrlicht und erhoben wirst, dass du alleine angebetet wirst, Herr, dass dir die Ehre zuteil wird, Herr, und nicht uns. Dass es wirklich um dich geht, Herr, dass sich alles um dich dreht, Herr, dass du das Zentrum bist, Herr, dass du deine Gemeinde baust, auch hier unter uns, auch hier heute Morgen, Herr. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen und ich bitte dich, dass wir es auch wirklich verstehen, Herr, dass wir dein Wort wirklich im Herzen empfangen, Herr, dass es wirkliche Veränderung bringt, dass es wirkliche Ermutigung bringt, Herr, dass es nicht einfach nur das gelesene oder gehörte Wort ist, sondern dass wir erleben, Herr, ganz persönlich, es ist ein lebendiges Wort, Herr, es ist ein kraftvolles Wort, Herr, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, Herr. Und das verheiße ich heute Morgen und ich danke dir dafür. In deinem Namen. Amen. Ja, ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im Epheser, im Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 10, Epheser 2, Vers 10, da lesen wir, Wusstest du, dass du zu guten Werken berufen bist, nicht nur zu irgendwelchen Werken, zu irgendwelchen zufälligen Werken, sondern zu guten Werken, die Gott auch noch vorbereitet hat, also Gott hat etwas geplant für dein Leben und das weißt du sicherlich zu einem gewissen Grad, man kann und wir dürfen und sollen darin auch kontinuierlich wachsen, in der Erkenntnis dessen, was wir tun sollen, in der Erkenntnis dessen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, vielleicht hast du eine sehr konkrete Vorstellung davon, vielleicht ist diese Vorstellung auch noch ein bisschen vage in manchen Bereichen, das ist auch okay, ne? Ich glaube, zumindest meine persönliche Erfahrung, manches offenbart Gott auch erst im Laufe der Zeit, weil wir vielleicht am Anfang gar nicht damit klarkämen, kann ja auch sein, also glaube ich zumindest auch für mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du etwas Bestimmtes im Auge, das zu dem Gott dich auch berufen hat, vielleicht geht es auch konkret um etwas, was ein wesentlicher Teil deines Lebens auch mit Jesus sein soll und vielleicht fragst du dich manchmal, wo stehe ich denn da eigentlich? Kommt das irgendwann? Wird das einfach so passieren? Oder muss ich vielleicht irgendwas dafür tun? Oder was möchte Gott da vielleicht von mir? Und ich habe an einer bestimmten Sache, wo ich noch dabei bin herauszufinden, was Gott da wirklich vorbereitet hat, das fing so vor ungefähr zehn Jahren an, habe ich mich die Tage auch gefragt, ja wo stehe ich denn da eigentlich? Gefühlt habe ich so gedacht, ich tue eigentlich relativ wenig dafür, ist das okay, ist das nicht okay? Ich war mir nicht so sicher. Und dann bin ich auf zwei Verse gestoßen, die sehr zu mir gesprochen haben und die möchte ich mit euch teilen und das ist eigentlich auch so das Zentrale für heute Morgen. Das ist 2. Timotheus 3, 16 und 17. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Und da lesen wir, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wozu das Ganze jetzt? Und das sagt Vers 17. Damit der Mensch Gottes, also das sind wir, das ist jeder von uns, der mit Jesus geht, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Damit der Mensch Gottes, also damit jeder von uns, also im Englischen heißt es, glaube ich, ist die Rede von Diener Gottes, damit der Mensch Gottes, damit der Diener Gottes, damit ein Nachfolger Jesu vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Da ist von den guten Werken die Rede. Und was der Vers deutlich macht ist, wir sind nicht nur zu guten Werken berufen, sondern wir müssen zu diesen Werken auch befähigt werden. Wie heißt das so schön? Gott befähigt die Berufenden und beruft nicht die Befähigten. Und das ist so. Erstmal werden wir gerufen von Gott. Und dann ist Gott aber treu und er befähigt uns auch das zu tun, wozu wir gerufen sind. Und wir müssen auch befähigt werden. Wir müssen vorbereitet werden. In dem Englischen ist die Rede von thoroughly equipped, also gründlich ausgestattet, gründlich vorbereitet. Und das hat so zu mir gesprochen einfach in diesen Tagen, dass ich so gesagt habe, ja, ich bin nicht nur zu etwas berufen, sondern Gott weiß auch, dass ich auch dafür befähigt werden muss. Ich muss darauf vorbereitet werden. Und diese Verse sind ein Schlüssel und machen ganz deutlich, was der Kern des Ganzen ist. Der Kern des Ganzen ist das hier. Das ist das Wort Gottes. Der Vers 16 sagt, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Im Englischen heißt das God breathed. Also Gott hat da seinen Atem reingehaucht in das Wort. Und es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit wir als Diener und Nachfolger Jesu ausgerüstet werden und befähigt werden und ausgestattet werden. Und diese Werke, zu denen Gott uns berufen hat, sie auch tun können. Ja, also der Schlüssel zur Erfüllung dessen, wozu Gott dich gerufen hat, liegt hier. Hier liegt der Schlüssel in seinem Wort. Halleluja. Und das ist etwas, was die Bibel an vielen Stellen deutlich macht. Und ich möchte einfach nur eine weitere Passage mit euch lesen, an die Gott mich die Tage einfach auch wieder erinnert hat. Das ist Psalm 1, Verse 1 bis 3. Psalm 1, Verse 1 bis 3. Da heißt es wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn. Freude hat an seinem Wort. Und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Ich glaube, bei Tag und bei Nacht, das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen, aber es meint einfach insgesamt, dass dein ganzes Leben einfach immer mehr durchdrungen wird vom Wort Gottes. Egal, was du machst, egal, wo du bist, ob du schläfst, ob du wach bist, ob du arbeitest, ob du ruhst, was auch immer. Das meint dieser Vers, darüber nachzudenken bei Tag und bei Nacht. Und wenn wir das tun, die Konsequenz dessen, lesen wir dann in Vers 3. Wer so etwas tut, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Gott möchte uns gelingen geben. Er möchte, dass das, wozu er uns gerufen hat, auch wirklich geschehen kann und auch in Erfüllung kommt. Er sagt das nicht einfach so in den luftleeren Raum und lässt uns dann damit stehen. Nein, Gott wacht über seinem Wort, es auszuführen. In Jeremia 1,12 ist das, glaube ich, er wacht über seinem Wort, es auszuführen. Jesus hat nicht nur gesprochen, er hat das auch gelebt, was er gesprochen hat. Gott möchte, dass das, was geredet wird und das, was getan wird, dass das zusammenkommt, dass das eins wird. Es gibt weitere Passagen, die dieses Prinzip Gottes so deutlich machen, dass er da, wo wir seinem Wort Raum geben in uns und das auch wirklich uns von innen heraus verändern kann, dass wir da auch auf unseren Wegen, auf den Wegen, die Gott auch für uns vorbereitet hat, auch gelingen haben werden und Erfolg haben werden. Aber es ist gebunden an sein Wort. Ich habe das so im Ohr, was unser Pastor immer wieder sagt und er hat so recht. Die Verheißungen Gottes sind an sein Wort gebunden. Die Verheißungen Gottes losgelöst vom Wort Gottes gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Und das ist auch gut so. Und eine weitere Passage, die das auch deutlich macht, ist Joshua 1, die kennen auch viele von euch, ja, Vers 7 und 8, wo Gott auch Joshua so stark ermutigt und ihm sagt, wenn du dich an meinem Wort hältst, wenn du davon nicht abweichst, nicht zur Rechten, nicht zur Linken, wenn du dich daran hältst und auch darüber nachsinnst Tag und Nacht, dann wirst du dieses Land einnehmen können. Dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du gelingen haben. Dann wirst du diese guten Werke, die ich für dich vorbereitet habe, tun können. Also da ist Hoffnung für dich, für die guten Werke, zu denen Gott dich gerufen hat. Da ist Hoffnung für deine Berufung. Und diese Hoffnung ist hier. Diese Hoffnung ist hier. Und ich möchte kurz zu dem 2. Timotheus 3 nochmal zurückgehen. 2. Timotheus 3,16, also vor allem den ersten Teil des Verses, wo es eben heißt, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Und das ist, finde ich auch, mir geht es jetzt noch um zwei weitere Aspekte hinsichtlich des Wortes Gottes. Und einfach, dass das der Schlüssel dafür ist, dass wir in diese guten Werke hineinkommen und sie auch wirklich tun können, zu denen Gott uns berufen hat. Und das eine ist, das sagt uns eben auch 2. Timotheus 3,16, die Schrift ist von Gott eingegeben. Also das ist nicht einfach nur irgendwie niedergeschrieben worden, sondern diejenigen, die es geschrieben haben oder aufgeschrieben haben, sie sind von Gott inspiriert gewesen. Sie sind von ihm autorisiert gewesen. Sie sind von ihm und von seinem Geist geführt gewesen. Ja, die Schrift ist lebendig. Also ich weiß nicht, wie dir das geht und ich bin da auch noch auf dem Weg. Manchmal ist es so, du nimmst es dir vor und du liest und es scheint so wenig zu passieren. Oder manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen trocken. Und der Heilige Geist möchte einfach eingeladen werden, dass wir ihn darum bitten, dass wir das Wort verstehen, wenn wir es lesen. Dass wir wirklich Offenbarung empfangen. Es ist so herrlich, diesen Moment, das kennst du wahrscheinlich auch. Du liest es und plötzlich macht es bei einem Vers, macht es klack. Und du weißt, oh, da ist was. Und das ist genau das, was der Heilige Geist machen möchte. Und das ist auch das, was wir brauchen. Ohne das bleibt es trocken. Ohne das wird es Wissen bleiben. Das hast du gehört, das hast du in deinem Kopf, das hast du abgespeichert. Aber es muss auf diese Herzensebene kommen, damit wirkliche Veränderung geschieht. Und das tut der Heilige Geist. Und wir sind auch in einer so guten Lage und einfach privilegiert, dass wir im Neuen Bund sind. Im 2. Korinther 3, 6 möchte ich auch kurz darauf Bezug nehmen. Da heißt es, dass Gott uns befähigt hat zu Dienern des Neuen Bundes. Und was heißt das denn? Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Das heißt, das Wort Gottes ist natürlich weiterhin total relevant. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Wort zu erfüllen. Es wird nicht ein Strichlein, nicht ein Jota, wird am Gesetz vergehen, bevor ich nicht alles erfüllt habe. Aber es geschieht in der Kraft des Geistes. Es geschieht unter der Führung und unter der Befähigung des Heiligen Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, 6. Also sei ermutigt. Empfinde das, oder du musst das nicht als Last empfinden, so nach dem Motto, oh nein, und ich brauche so viel mehr Wort Gottes, damit alles kommen kann, was Gott für mich vorbereitet hat. Ja, es ist an Gottes Wort gebunden, aber der Heilige Geist ist dabei und er inspiriert dich und er schließt dir das Wort auf und lässt es dich verstehen. Und die Art und Weise, wie du das Wort studierst und verstehst, muss nicht exakt genau gleich sein wie die deines Bruders oder deiner Schwester. Da gibt es Abstufungen. Gott hat uns einzigartig gemacht. Und die Art und Weise, wie er uns durch sein Wort begegnen will, wird auch einzigartig ausfallen. Es wird nicht bei jedem exakt gleich sein. Die Gültigkeit des Wortes Gottes, die ist die gleiche für jeden von uns, das ist klar. Aber wie Gott es in deinem Leben zur Erfüllung bringt, wie er dir etwas zeigt, wann er das tut, das ist seine Sache und das kann ganz individuell ausfallen. Und der zweite Aspekt ist noch, und das geht zurück zu dem Epheser 2, 10, dem ersten Vers, den ich gelesen hatte. Da heißt es, dass wir ja zu diesen guten Werken geschaffen sind. Vielleicht gehe ich da gerade nochmal hin. Epheser 2, 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Und hier ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist, wir sind geschaffen für diese guten Werke, aber in Jesus Christus sind wir geschaffen zu diesen guten Werken. Was auch deutlich macht, ohne Jesus, ohne in Verbindung mit Jesus zu sein, werden diese guten Werke sich nicht realisieren lassen. Wir sind in Jesus für diese guten Werke oder zu diesen guten Werken geschaffen worden. Und wie passt das mit dem Wort Gottes jetzt oder mit diesem Fokus auf das Wort Gottes zusammen? Das passt perfekt zusammen. Nämlich zum Beispiel, wenn wir einfach in den Johannes 1 gehen, Johannes 1, 1 sagt, dass im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Gott selbst ist das Wort. Er verkörpert das Wort. Also wenn du vielleicht einen stärkeren Fokus als bisher auf das Wort legst, damit die guten Werke, zu denen Gott dich berufen hat, sich erfüllen können, dann bedeutet das automatisch, dass du dich mehr mit Jesus auseinandersetzen wirst, weil er ist das Wort. Er ist der Autor des Wortes. Und was so wunderbar auch dazu passt, und eine Passage, die wir, glaube ich, gut kennen, Johannes 15, der Weinstock und die Reben. Und da lesen wir eben in Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist genau der Punkt. Ohne Jesus werden wir die guten Werke, zu denen wir gerufen sind, nicht tun können. Aber mit seinem Wort und dadurch automatisch mit ihm werden wir befähigt und ausgerüstet, diese guten Werke zu tun. Und das ist im Grunde das Wort für heute Morgen, weil es hat mir einfach viel Mut gegeben und Hoffnung gegeben. Da ist Hoffnung für die guten Werke, zu denen Gott dich gerufen hat. Da ist viel Hoffnung für die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und der Schlüssel liegt hier. Er liegt in seinem Wort und damit automatisch in ihm als Person. Amen. Amen. Jesus, danke für dein herrliches, wunderbares Wort, das lebendig ist, das mächtig ist, Herr, uns heute Morgen zu transformieren und zu verändern. Und ich bitte dich, dass das jetzt geschieht, dass du, Heiliger Geist, jetzt einfach wirkst, Herr, dass du dieses Wort nimmst, Herr, dass du es uns in den Herzen aufschließt, Herr. Schütte heute Morgen wirklich aus Hoffnung auf unsere Leben, Herr. Hoffnung, dass die Dinge, zu denen du uns gerufen hast, auf die wir vielleicht schon lange warten, Herr, die vielleicht teilweise wie verschüttet scheinen, die fast schon vielleicht manchmal wie abgestorben wirken, Herr. Bring sie wieder hervor zum Leben, Herr. Lass uns verstehen und lass uns auch annehmen und akzeptieren, Herr, dass deine Verheißungen an dein Wort gebunden sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du da auch in unseren Herzen wirkst, dass wir uns da auch einfach unter deinem Wort auch beugen, Herr, dass du uns da Gnade schenkst, Herr, dass wir dem nicht weiter vielleicht auch im Weg stehen wollen, wo wir das manchmal vielleicht auch tun, weil wir vielleicht, sei es unbewusst, denken, nee, es wird irgendwie anders gehen und ich brauche diesen oder jeden Aspekt nicht. Herr, unter deinem Wort geht es nicht, Herr. Aber mit deinem Wort ist alles möglich, Herr. Durch dich ist alles möglich. Und danke, Herr, nicht nur, dass du uns zu guten Werken gerufen hast, sondern danke, Herr, dass du weißt, dass wir dafür auch ausgerüstet werden müssen, Herr. Und die Ausrüstung geschieht durch dein Wort, Herr. Und da, wo wir deinem Wort Raum geben, Herr, da geben wir dir Raum, Jesus. Und da geben wir der Begegnung mit dir Raum. Und in der Verbindung mit dir werden wir diese guten Werke tun können, Herr. Mehr und mehr, Schritt für Schritt. Und so bitte ich dich, Papa, gib Ermutigung heute Morgen, gieße wirklich neue Hoffnungen in unsere Herzen hinein, dass das, was du in unsere Herzen hineingelegt hast, dass das, was von dir ist, was du vorbereitet hast für uns, dass es sich auch erfüllen kann, dass es sich erfüllen soll. Und es wird sich erfüllen, Herr, in der Verbindung mit deinem Wort, in der Verbindung mit dir selbst, Jesus. In deinem Namen. Amen. 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 Amen.